Musik 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 Es gibt keine Probleme mehr. Ich werde dir alles in die Taxi getrennt. Um, in der Fall der Polizei zu fragen, sagen sie, es war schmerz. Sie konnten nicht meine Gesichter sehen. Okay? Gut. Untertitelung. BR 2018 Oh, Phrushna, Sanju. That's the team. I have to go to that 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 team. We have to go there. We have to go to that team. It will be easy to stay in this journey. It is going to stay here. Who will live in this situation now? That's why you will do it. I don't know why I was about to say that. Ich wollte mich auch nicht aus, dass ich mich nicht aus dem Polis und Militär. Ich bin auf dem Weg und die News-Kanal. Ich bin nicht so gut, dass ich mich nicht so gut mache. Ich bin nicht so gut, dass ich mich nicht so gut mache. Ich bin ein Leben. Ja, nein, nein! Ich bin ein Leben, ich bin ein Leben. Ich bin ein Leben, ich bin ein Leben. Das ist ein Wettbewerb, den ihr Leben nicht so gut? Nein, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Sie haben ein Wettbewerb. Oh, 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 oh. Jeder! Sorry, zwei Finger... Sorry, zwei Finger. Alter, wer kommt? Was ist das? Du bist nicht so. Du bist auch hier. Du bist auch hier. Du bist hier. Was ist das? Was ist das? Weil ich nicht in diesem Raum bin. Scam bag, Dumbbells. Du bist nicht so gut. Nicht schlecht. Ah. Du hast eine Vorrede Message. Das ist ein tiefes Kissen, 40 Kissen. Das ist 20 Minuten von Speedwalk, 20 Minuten von Swimming, 10 Minuten von Skipping, 5 Minuten. Ich habe einen Kissen, ich sage dir die Frage. Die Vorrede-Message, die ich in der Vorrede-Message habe, habe ich direkt gesagt. Ich habe mich gefragt, dass die Mannschaft so gemein ist. Ich habe mich gefragt. Wie ist die Kissen, die das nicht auf die Kissen zu kommen? Ok, Bye! Hey! Okay! 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 Ich habe keinen Ahl. Ich habe keinen Ahl. 40. 40. 80 kalorien. Ich bin hier. Hey! Hey! You are now looking at me. Mhm. Eyes closed. Lips open. Mhm. Eyes closed. It's not the same. Who is that? I didn't say anything. My grandma is coming. Oh God! What are you doing? You are coming. Hey! Where are you going? I'm going to take a cabood. Ah! 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 Ich glaube, ich bin da. Ich habe sie gesehen. Ich habe es nicht. Ich habe alles im Sleiper Cell. Das ist alles gut. Ich habe mich nicht in meinem Leben gehabt. Ich habe keine Ahnung, der weiß ich nicht. Das ist alles an, was ich. Es ist alles einig. Ich habe keine Ahnung, die Sleiper Celles im Jepang. Ich habe dich Angst. Das ist nicht so, dass er auch ein Mensch ist. Wie ist das denn? Wie ist das? Hey sorry sorry Come Komm 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 Hi Hey Hey Du hast du hier Du hast du hier Du hast du hier Du hast du hier Hi 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 Wie ist das hier? Du hast du hier? Du hast du hier? Du hast du hier Du hast du hier Du hast du hier Early this morning in Anderi West, a man was found dead on a roadside dumpyard. With couple of fingers severed, he was found badly bruised too. Police claim that he was tortured extensively before being killed. The man has been identified as Asif Ali who has been noted to have connections with the 12 sleeper cells that were shot dead last week. Some investigators claim that he could be holding a bigger role in the sleeper cell network and was probably dumped away from him. He has killed him because he couldn't get any information from him. In this 12 men, there is the one whom you are searching for, right? He is a cold-blooded murderer. Heat him up. Think big. Attack bigger. He will come out. Sleeper cells. Amma, come over. I'm coming over here. Abba is your brother. And I'm coming over here. Look at your brother. Let's finish the game. I need you. Okay, let's go. Alejo, call your teammate Sindhil. Anasim, he visit Infinity Mall Anderi. And tell him, in 10 seconds, he will be blasted. Hey, hey! 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 Where are you from? Infinity Mall. Oh! Sindhil, there was a bomb in that building. They came out of the building. They came out of the building. Just get out immediately. Just only 5 seconds left. Hey! There's a lot of people here. Listen to me! If they were able to alert, they came out of the building. Come on, Sindhil! Get out! Come on, man! Get out! Sindhil! Hello! No! Addict? How was the audio? Not just him. I know we're actually each one of the remaining 11 hours. Each one of them has been followed by our sleeper cell. You wanna check? Charab Chetty Leopold Cafe. Nilmani Mahalashmi Temple. Ashraf Barfit Market. Jigah Singh Cinema Theater. Chiddharth Jew Beach. Vishal Lilavadi Hospital. Jabbar Fashion Street. Jagdish Bandra Market. Sumesh Krishna City Mall. Operating ceiling fast food. Surendra. Church gate session. I will take out the next guy now. Your teammate Jagdish. He is now in Bandra Market. In another 3 seconds. The place where he is, is going to be blasted. One. Two. One. Got scared? Is that right? I didn't bomb him. I don't need that life. I need you. Okay. Okay. Don't do anything to anyone. I.. I will come. Good. Good decision. You be ready.